Ja, herzlich willkommen zum täglichen Gedanken vom Dankfeld. Gesegnet sein mit Gottes Segen. Bilder für die Seele, ein Augenblick, Besinnung für jeden Tag von Benno. Heute ist der 13. Januar. Wieder aufstehen. Menschen fragen manchmal, was Mönche in einem Kloster tun. Die Antwort lautet, wir fallen und stehen auf. Wir fallen und stehen auf. Und abermals fallen wir und stehen wieder auf. Und wir finden die Stärke aufzustehen, indem wir Gott unsere Schwäche bekennen. Patschomius. Danke fürs Zuhören. Gesegnete sein mit Gottes Segen. Ehvater.